tagjen ihr lieben ich sage nämlich immer zu beginn hallo ihr lieben ist mir jetzt mal so aufgefallen ich hatte in der letzten folge ja angekündigt dass ich hier sehr sehr viel arbeiten werde und mir raucht schon der kopf dass seht ihr hier wie die bläschen davonfliegen und ich habe das auch gemacht ich will gar nicht lange herumreden denn ich möchte heute weiter bauen nämlich an der überraschung die ich ja gesagt habe für waldienstag und ich zeige euch mal was ich getan hat vielleicht ist dem einen oder anderen schon aufgefallen auf dem app das heißt hier das gebäude hat sich ja geändert das ist jetzt so eine art ja wenigstens sternförmig dazu passt natürlich jetzt hier unten das hier gar nicht mehr zusammen weil jetzt habe ich hier mehr fläche die muss ich noch ja machen wir noch gedanken drüber hier unten die eingänge wurden gelegt ich wollte euch nur mal von oben zeigen und hier unten werde hier unten ach so warte mal vielleicht sieht man das ja hier das soll so eigentlich eine kreisförmige oder sowas ähnliches darstellen davon ist mir das nicht ganz gelungen ja macht aber auch nichts so hier unten muss ich aufpassen weil hier ist nämlich mein leuchtfeuer das muss ich umsetzen quasi ich habe hier ich habe schon wieder ich habe ein ich habe das problem es wurden hier vier eingänge gebaut aus jeder richtung und jeder eingang hat seine bestimmte farbe blau blau grün ich bin nicht farbenblend roh und gelb ich habe das jetzt einfach mal so gemacht jetzt ohne dass sie bedeutung haben das eine dann die stufen die wurden natürlich in alle ecken gebaut ihr seht ihr es hier von unten da habe ich mal so ein muster gemacht ich weiß nicht ob ihr das beim letzten mal gesehen habt ich bin ja so als symmetrie fan aber das ist irgendwie symmetrisch und ich möchte eigentlich die ja die treppen auch nicht so laufen lassen vielleicht mache ich es noch hier drüben habe ich dann das normal und das meine kisten quasi so sieht es aus ihr seht schon ich habe ausgehoben wie ein blöder es ist bis zur decke hoch alles weg weil ich blau blau platz denn ich brauche platz nein ich brauche platz mein kupfer da hinten wird langsam verwirrt langsam und nun bin ich drüber zu schauen wie gestalte ich denn den raum innen ich würde ziemlich ganz erstmal hier unten also zumindest für mich zum anfang mir so eine art lager bauen damit ich einfach meine sachen erstmal wegbringen dann unten drunter muss ich ja sowieso genug ausheben ich würde das jetzt erstmal so gestalten beziehungsweise würde ich dann habe ich dann schnell mein sandstein und zwar ich würde ich dafür nicht so viel rahmen verwenden das ist natürlich jetzt ein bisschen ein problem dann würde ich nämlich hier gehen ich gehe mal daher würde ich quasi sagen hier mache ich mal mache ich dreimal quasi hier kommt dann mein stein hin ups ja gut dann nehme ich die halt mit wenn es sein muss und davor kommen dann kisten ich habe jetzt keine kiste einstecken hier kisten und die sagen dann hier dahinter liegt stein und daneben kommt dann kommt koppel stone quasi hier also immer oben ein sandblock und dann quasi das material was drin ist und dann unten wieder und dann sehe ich für mich aha da ist eine kiste halt und da ist dann mein material drin die ist einfach zu schnell mit dem effekt hier damit ich für mich quasi erstmal ein grobes sortiersystem habe ich weiß auch noch gar nicht ehrlich gesagt was ich hier mache auf jeden fall habe ich angekündigt ich möchte hier unten weitermachen erstmal alles wieder wegräumen hier irgendeine kiste das hier noch rein meine rüstung ich bräuchte jetzt schwarzen beton und ich habe gesehen sekunde ich brauche kohle es gibt ein rezept ich nehme jetzt hier mal acht stück also das brauche ich gar nicht ach doch ist egal ähm und zwar braucht man hier Rezept wie war denn das ich habe doch ich gehe mal mit euch zum spawnen zuerst ich zeige euch mal was habe ich da hatte ich was entdeckt das wollte ich nicht unbedingt auf video machen es leckt immer mal ein bisschen kann das sein aber das ist nur bei mir ich habe aber nichts weiter offen deswegen wundert mich das und zwar im forum hatte ich was das leckt doch oder wo kann ich meine fps anschauen wie viel habe ich da oben 48 fps was ist denn hier los das kann nicht sein leute dann kann die aufnahme nichts werden 38 34 wahrscheinlich muss ich mir noch mal ausloggen das wird wehtun hier steht unlimited world entdeckungstour habe ich beim reinlaufen gesehen und jetzt habe ich den knopf mal gedrückt hier und dann kommt unten so quasi so ein chat hier ich mache das mal auf da steht dann hier bekommen bei der Integatur und hier wirst du quasi durch den kompletten ja ich sag mal spawn bereich geleitet und weiter also ich möchte nicht so viel sagen sondern da steht auch alles genau beschrieben wo du hin musst zum beispiel gehe 10 blöcke weiter zu dem spawnberg hinein und suche weiter in den spawnberg hinein und suche rechts die mine zur farmwelt und dann steht hier richtig gut beschrieben wo der nächste knopf ist das heißt ihr solltet euch mal orientieren und einfach mal ja einfach mal hier diese entdeckungstour machen ich hatte ja mal gesagt überraschungspotter jetzt schaue ich mal nach ob da schon das neue ziel hier oben angeschrieben ist oder ob man immer noch hier nicht weiß wo es hingeht tja immer noch kein port ziel das heißt ich komme da auch nicht weiter das war das am spawn und ey leute ich muss euch noch was ich muss euch noch was zeigen ich war jetzt gestern leider ohne video dabei wie die wie die wie die ähm ich flit mal wie da hinten die sandwelt aufgebaut wurde das leckt hier leute das leckt mir total und jetzt hat habe ich gesehen dass diese krane diese krane voll funktionsfähig sind also ich komme hier ich war ja völlig baff ne da ist ein system da kommt da irgendwo läuft hier sand entlang ich kann das ich kann das gar nicht beschreiben quasi da oben das sind die transportbänder hier hier ist da oben was ist da was drauf ja teppich oder so das sind quasi transportbänder die werden da reingeleitet hier in diesen ja ich sag mal verarbeitungsmännlich mechanismus der pulverisiert dann die ganzen materialien hier in diesem dieser pulverisierungsmaschine und die werden dann da unten hier reingeleitet und zack ist alles aufgefüllt phänomenal das ich war so erstaunt leute ich war wirklich so erstaunt ähm dass ich darum gebeten habe wenn ich wenn es mal wieder leer ist möchte ich das unbedingt mal aufzeichnen weil die kräne die stehen nicht hier sinnlos rum da hinten seht ihr da wird zum beispiel ton auf äh ausgeschüttet wahnsinn also da oben seht ihr auch noch so eine pulverisierungsmaschine also ich habe das gesehen hammer echt hammer warum ich zum spawnen bin eigentlich ich wollte euch mal noch die rezepte zeigen ich dachte hatte die ich 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 wir hatten ja gemeinsam hat der mit der zunge hier festgeklebt war gar nicht auf ja Junge ein eisen leckt man ja nicht ab ähm hier war irgendwo das infohaus ich glaube hier hinten und da war was gestanden mit rezepten ich hoffe das ist wahnsinn das so lecki ähm und zwar steht hier da das gibt rezepte quasi man kann sie in rosenstrauch und zwei kohle kann man sich zwei witter rosen erstellen oder hier kohle und roher kabel ja auch gibt ein tintenbeutel leute ihr braucht keine tintenfische hier bei euch sondern ihr nicht nutzt einfach das rezept ich muss bloß mal schauen wie das ähm ich glaube das war das da genau help rezepte genau wenn man rezepte hat das jetzt eingeben ne das ist ein schreibfehler vom spawn mit doppel e rezepte ja das ist ein schreibfehler genau und auf meiner seite die seht ihr jetzt natürlich wieder nicht hä themendurchsuchen da passt der link nicht leute ähm ne ich der link passt nicht hier komme ich wo bin ich drin jetzt hier in der vorensuche bin ich jetzt hier gelandet also ähm gut dass ich mal hierher bin ich gebe das jetzt nochmal ein vielleicht habe ich mich verschrieben habe ich mich verschrieben vielleicht help schauen wir mal ah ich habe mich verschrieben Entschuldigung ich nehme alles zurück das heißt wenn man hier etwas falsches eingibt kommt man quasi in die in die vorensuche ja wieder was gelernt ähm ich würde sagen ich mache mal kurz pause und blende die die rezepte mal schnell ein so da bin ich wieder ähm ich blende euch jetzt mal die seite ein wenn man das äh den link anklickt quasi hier kommt man ähm zu den rezepten direkt hier das befindet sich entweder unter help rezepte beziehungsweise hier unter wiki server da findet man das ganze oh das leckt wirklich ich denke das ist meine leitung leute und hier seht ihr da oben für einige blöcke ähm gibt es zum beispiel keine oder kann man nicht finden da gibt es hier schöne rezepte zum beispiel kann man sich hier ähm diese verschiedenen korallen blöcke selber machen mit dem eisengitter drin eben tintenbeutel mit kohle und und fisch wer angelt das nicht also man spart sich wirklich tintenfische zu schlachten und eben auch die witterrosen und daher schwarzbeton brauche ich habe genug tintenbeutel würde ich das rezept jetzt direkt einmal herstellen und euch mal zeigen jetzt muss ich nur schnell wieder mein system hier links alles ändern deswegen gehe ich nochmal nach hause zurück also falls immer einer sagt ich brauche schwarzen beton oder ich brauche schwarze farbe oder ich brauche allgemein was ihr braucht nur kohle ich habe kohle einstecken kies den finde ich natürlich in meinen gut vorsortierten kisten den finde ich natürlich hier ich brauche sowieso ein bisschen mehr kies und sand ich glaube sand ist denke ich kein problem mehr dann mache ich das mal so und ich würde noch fische brauchen ruhe fische habe ich einsortiert da hinten weil ich habe ja so viel geangelt dass ich von den fischen hier genug habe und würde jetzt nochmal vorlaufen mitten in der nacht moment moment ich habe sogar etwas entdeckt das gefällt mir nicht das hier stört wenn man von oben durchs licht schaut glaube ich auf der map sehe ich gerade das sind weiße flecken ja das gefällt mir nicht gutes leuchtfeuer kommt eh noch weg ja ne da ist noch kies so ist ein bisschen monk ne manchmal nein so monkig bin ich nicht so dann probieren wir das mal aus ich mache jetzt einfach mal ich opfer mal hier 64 fische 64 kohle 4 64 tintenbeutel und dann mache ich mir mal 32 schwarze farbe daraus und aus den 32 schwarzen farben mache ich mir geschwind 32 schwarzen beton trocken beton was macht das jetzt tintenfabrik habe ich erreicht prima so habe ich schwarzen trocken beton und jetzt kann ich auch meine farm nutzen übrigens ich habe meinen ersatz redstone jetzt wird er hier angebracht ich habe den dev hier habe gefragt ob die farm erlaubt ist und die farm ist so erlaubt quasi ich setze hier einen block den muss ich mir hier rein legen die kann ich hier oben reinschmeißen dass er immer wieder einen droppt und dann kann ich quasi jetzt muss ich wieder schauen wie ich anfange rechts klick setzt er mir den block und dann wirft er mir einen trocken beton aus also immer wie soll ich eine rechte taste halten und links quasi baue ich hier mein beton ab das geht rasend schnell teilweise sammle ich ihn ein und teilweise fällt er mir unten in die kiste ich würde sagen ich mache jetzt mal so ein bisschen ich brauche gar nicht so viel schwarzen beton ich brauche mehr roten so das reicht seht ihr ja wie schnell es geht hier und ich schmeiße den schwarzen da rein und den hier oben auch also das ist auf jeden fall möglich wie gesagt das habe ich abgeklärt vorher ich mache sowas nicht ohne und jetzt bräuchte ich noch ein bisschen du musst weg roten trocken beton natürlich da müsst ihr ja auch zwei irgendwo welchen haben aber naja rote farbe habe ich auch rote farbe rote farbe finde ich finde ich finde ich finde ich ähm komm alter habe ich keine rote pete jetzt hier oder was ich suche mir die schnell mal ok ich habe mir jetzt ein paar rosenbüsche gegönnt um farbe herzustellen beziehungsweise roten beton nachher so und im prinzip ist das dasselbe ich brauche gar nicht so viel von dem ich mache das einfach mal so meinen roten trockenbeton und dann geht es ab zum schlachter zum betonschlachter oder wie auch immer hier werde ich wohl hier werde ich wohl naja rot ja ich mache einmal das bisschen zeug was ich hier habe und rotes glas brauche ich dann noch schwarzes glas ja ich muss noch ein bisschen was färben werde ich jetzt die ganze schwarze farbe verbraten nicht hält aber was soll's so ich glaube das dürfte jetzt gewesen sein gleich so einmal fertig das lege ich rein das lege ich rein und die farbe und so jetzt habe ich das habe ich das weil ich möchte weiter bauen habe ich euch ja habe ich habe ich ich würde ja gerne weiter bauen hatte ich euch ja gesagt ähm wieso droppen das hier fällt das hier oben raus hä und zwar brauche ich dann noch ein paar Pilzblöckchen ähm glas seelaternen habe ich genug ihr seht ich bin total vorbereitet seelaternen ähm wirrwarzenblöcke hatte ich auch hier bereits gemacht ähm stahlradie war ja da ganz nett und hat mir gesagt dass man hier einfach nur noch ein mehl drauf schmeißen muss und dann bekommt man die und ich habe natürlich gleich so nebenbei noch ein bisschen so zeug angebaut ähm glas ich brenne mir schnell ein bisschen glas leute bis gleich so hier war ich gestanden hier mache ich dann auch weiter mein inventar habe ich aufgefüllt mit material das ich brauche bis auf blumentöpfe leute ich habe nicht mal ganz ordinäre blumentöpfe das heißt ich muss geschwind zum spawn reisen und äh mir leider da was abbauen das dauert jetzt natürlich noch eine minute ähm ich würde sagen da braucht ihr nicht dabei sein deswegen renne ich jetzt da rinder ach komm 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 ihr geht mit ich zeige euch mal wo man hier wunderschönen grauen ähm wir nennen sich das lehm abbaut ähm wahrscheinlich laufe ich wieder richtig in die richtig falsche ecke nein ich glaube hier bin ich schon richtig das ist da hinten ich könnte natürlich an den kränen entlang äh sowas einfaches wie blumentöpfe habe ich leider nicht aber hier ist ja aufgefüllt worden mit meiner schaufel dürfte es relativ zügig gehen dass ich hier mal so ein paar kügelchen ein kügelchen die hab ich doch im inventar ne den bin ich gefunden egal das reicht mir jetzt äh ich geh jetzt wieder nach hause und ein bisschen farmen das war jetzt hektisch ne hier richtig hektisch glas habe ich mittlerweile auch gemacht wenn wir jetzt alles hier ich sag mal ich sag mal wie sag ich es denn wenn man alles jetzt hier live macht da geht ja zeit ohne ende drauf und ich glaube nicht dass ihr das sehen wollt weil ihr wisst ja selber wie man was herstellt ähm wasserkönig noch gebrauchen ich hatte ja auch irgendwo mal einmal dann nehme ich jetzt mal ja ist die einzige wasserquelle hier leute also wenn er mal irgendein hund verdurstet oder so oder ein pferd hier unten einfach in der mitte mal ein bisschen was nehmen so dann brauche ich noch das hier ich brauche bisschen holz ich nehme das jetzt einfach mal raus das war wirklich ein guter gewinn gerade eben auch für die folge hier ich werde jetzt wie viele stufen welchen braun ich möchte jetzt gar nicht alles verbraten ich mach mal 16 ja komm das muss reichen da komm ja was ist da los wieso kann er die nicht herstellen was leuchtend noch falsch muss ich erst das herstellen dieser gegenstand darf nicht in der steinsäge hergestellt ach so ja gut wenn man lesen kann muss ich das jetzt so machen tatsächlich dann ist ja teuer ne ach komm das geht aber vor allem holz brauche ich auch ein bisschen dann machen wir mal hier so und ich brauche ein paar 2 4 6 ja ich mach mal ich mach nochmal komm ich mach die alle gar weg dann werde ich noch brauchen weil das wird ein bisschen so eine mischung aus rot grün ich werde noch ein paar prismarienziegel brauchen und ich glaube ich habe keine solchen solchen wie heißen denn die die grünen dinger die da hochsteigen die fehlen mir jetzt natürlich diese ranken diese grünen habe ich jetzt wirklich ich habe so viel müll ne das was ich brauche ok habe ich jetzt muss ich mir ersten baum pflanzen um die abzubauen schade hier ist schon diese komischen teile die man hier die grünen die man ja als ranken hier verwenden kann so ich hatte gesagt ich will hier das unten mit mit so wurzel machen deswegen baue ich jetzt erst mal hier unten mein mein boden aus und will dann quasi hier ich mach mal hier ja ich muss so einen kleinen soll keine sitzgelegenheit sein sondern einfach nur ja das ist hier schön ausschaut außen ne warte mal das mach ich anders ich muss kurz mal umstrukturieren hier ich mach mal ein paar bretter und noch ein bast stiefchen so das müsste reichen ich würde gerne mich dann hier und hier setzen damit ich weiß wieviel von dem grün gedäunt gedäunt brauche ich denn außerdem und dann geht es auch schon los mein gerüst brauche ich meine spitzhacke so und dann geht es los mit erstmal mit der form deswegen steht hier mein blog das muss ein bisschen schweben das war so das war so mein gedanke und ich würde jetzt einmal mal ich habe keine hilfsblöcke das ist jetzt natürlich auch doof ok dann machen wir es einfach so ganz normales herzchen da weiß ja jeder wie das ungefähr geht das sollte jeder wissen ich brauche hilfsblöcke ich brauche hilfsblöcke na gut ich kann das gerüst auch nehmen als hilfsblock ne oder ich baue mir immer die ab und dann laufe ich runter und ich mach mal so das ist jetzt quasi erst mal der rand ich bin da so still ja ich weiß ich glaube eins muss ich noch hoch schnell mal schauen ups wo bin ich nicht gefallen ne eins mach ich noch ich kann leider nur auf so einem block das gerüst setzen eins mache ich noch hier und dann würde ich sagen baue ich gleich hier nach oben genau das ist 1 2 3 hier muss dann weiter und zwar 1 2 3 4 so jetzt geht es dann schon wieder in die andere richtung es ging in die andere richtung machen wir eben das hier nochmal ganz normal so und jetzt muss ich hier lang 1 2 3 4 dann machen wir es eben von der seite richtig ein block da komme ich jetzt hier hoch eigentlich und dann brauche ich noch einen hilfsblock das ist jetzt blöd quasi jetzt die obere form und dann geht es wieder nach unten doof habe ich viel leben sterbe ich dann wäre ich jetzt hier runter fall schon ne dann mache ich jetzt quasi erst einmal hier so den außenrand ja sieht man ja schon hier sieht man ja schon hier was denn das für ein deutsch ist ja auch gott die lehrer unter euch die werden jetzt haben besucht noch mal die schule ehrlich gesagt ich bin froh dass ich aus der schule bin und meinen lebensunterhalt verdienen weil ich daran denke wie lange ich dann noch arbeiten müsste bis ich in pension gehe oder das würde ich schon lange 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 dauern so konzentriert muss ja alles stimmen hier und dann noch ein block in der mittel dann haben wir es doch schon und dann schmeiße ich natürlich den auch noch mit weg ich bin der hält der hält so schön ne das war's hab ich toll gebaut alles gut nein und zwar ähm erstmal alles einsammeln so quasi das jetzt das herzform in roh zustand wenn man da reinkommt und ich möchte natürlich jetzt ähm eine andere form eine andere art von ähm herz nämlich das soll hier mit mit so ja das soll ein bisschen abgewandelt sein aber ich habe im internet immer so dinger recherchiert aber die haben mir alle nicht gefallen deswegen habe ich das hier selber gebaut komplett alleine ohne vorlage ohne alles na komm her wobei wenn ich es von unten auffüllen müsste auch einfacher gehen ne ja das geht auch einfach so einfach ich hoffe meine ganzen pilzblöcke reichen da haben wir übrigens äh da habe ich dann auch lernen müssen die muss man mit behutsamkeit abbauen und so viel pilze habe ich gar nicht gefunden im biom ich habe das schon wieder falsch gesagt so viele pilze pilzblöcke im biom hatte ich nicht gefunden ja die reichen so das schaut doch schon mal schön aus ne hier aber ist ein bisschen arg langweilig mir fehlt ein bisschen die dreidimensionalität deswegen würde ich nämlich gerne hier noch außen rum erstmal überall einen schwarzen glasblock setzen ähm da komme ich natürlich jetzt nicht dran da oben ne und das geht dasselbe mache ich dann hier drüben einfach damit es nicht so flach hier dasteht ne so hoch jetzt muss ich nur noch da hoch und wenn ich dann schon mal da oben bin ähm da bin ich ja recht nah dran würde ich natürlich auch gern mit meinem roten glas das ich auch hier habe ähm hier ist natürlich auch auskleiden wobei ne ich kleide das hier mal ne kann mehr nur am rand erst einmal aus ne da muss ich einen rein ich hoffe mein glas reicht hier ähm quasi einen zweiten rahmen möchte ich hier schaffen ich bin zu nah dran da gehen ja die augen kaputt hier so die gerüstung gehen wir mal ein bisschen auf dem senkel ich glaube mein glas reicht nicht wenn ich mir das anschaue hier oben ähm da muss ich ein bisschen anders anders vorgehen und zwar ich mache hier so mit den gerüsten arbeiten ich möchte noch so was anderes machen hier ja dann brauche ich hier noch glas ähm ich glaube mein material reicht nicht leute hm ich glaube mein material reicht nicht wenn ich mir das so anschaue quasi ich möchte hier noch so ein kleines herz drin haben da muss ich jetzt hier mal mit trick sitzen arbeiten und ohne mein glas weitermachen das geht hier das geht hier 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 einmal rüber einmal runter ich sehe nichts mit diesen gerüsten hier das ist ja und dann wenn man sneaken will ne dann funktioniert das auch nicht ich muss glas machen Leute ich dreh sonst am Rad das muss hier alles passend funktionieren oder nicht so komm her komm her rote farbe habe ich mich erinnert wo ich den habe nehme ich hier rein schnell mal rotes glas machen werde ich mit sicherheit noch einiges brauchen irgendwann mal vielleicht oder auch nicht so und dann würde ich sagen ich musste hier trotzdem nochmal hoch chlor mal zwei mal drei, vier, fünf, vier fünf, sechs, sieben, äH, so genau so wie ich das haben dann kann ich nämlich überall hier meinen setzen und hier drin noch mal das Herz ein bisschen hervorheben. Na komm. Lass mich nicht im Stich. Das, so will ich das haben. So, da geht's runter. Schau mal hin, ich hab hier einen Block gesetzt und das ist schon wieder weg, Mann. Das ist ja bescheuert. Da muss ich aufpassen, dass ich da keinen Block drauf setze. So. Ja. So würde ich das jetzt erstmal lassen. Beleuchtung fehlt noch. Beleuchtung. Die mache ich mal auf der Rückseite. Weil da hinten ist schon recht dunkel. Und da muss ich jetzt mal schauen, wo ich die mache, weil ich möchte nicht, dass man das sieht von vorne. Dann würde ich sagen, ich würde mal sagen, hier in der Mitte. Dann hier noch. Dann machen wir hier. ganz außen wie ich es gar nicht. Ich würde es mal in die Ecke machen noch. Wo bin ich jetzt hier? In der Ecke, ne? Und unten kommt die Ecke, die Ecke und die Ecke. Das muss reichen. Für die Helligkeit. Damit es auch richtig schön strahlt. Genau. So ist das schon mal schön. Als nächstes würde ich dann, es wird eine lange Folge, Leute. Das wird eine sehr, sehr lange Folge. Wir sind schon über 30 Minuten. Aber ehrlich gesagt, ich möchte schon, dass das hier jetzt mal fertig wird. persönlich hatte ich jetzt keine Lust hier, das hier noch länger quasi aufzuschieben. Das muss ja auch mal fertig werden. So. Jetzt muss ich mal schauen. Ich hatte hier die Blöcke rausgeklopft, hier außen, glaube ich. Genau. Genau. Sag ich schon wieder genau, ne? Das riecht mich ein bisschen auf hier. Warte mal, das passt nicht. Oh, weh, weh. Welche Blöcke habe ich denn da rausgesetzt? Wann ist die hier? Ja, so war das, ne? Ich klopfe sie schnell mal raus und lege da dann auch hier Mützel rein. Hörnetzel meine ich, nicht Mützel, sondern ich werde dann hier quasi schön auffüllen. Das mache ich aber jetzt mal offline, um ein bisschen Zeit zu sparen. So, alles aufgefüllt. Und hier unten kommt jetzt Wasser rein. Jetzt bin ich mir überlegen, ob ich das jetzt direkt schon mache. Da muss ich ja immer durchs Wasser springen, aber ich würde schon sagen, ich mache das direkt. Ich habe jetzt natürlich nur zwei Eimer Wasser. In der Hoffnung, das reicht mir, um das hier alles aufzufüllen. Auch das mache ich jetzt offline, glaube ich, weil, obwohl es geht schnell. Oh, ich stelle mich nur zu dumm an. Ich möchte nämlich hier kein fließendes Wasser haben, sondern stehendes Gewässer. So, da nehme ich heute den Eimer brauche ich nicht. Dann, 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 dann würde ich hier ein bisschen Rot noch mit reinbringen, weil schließlich ist ja das auch ein Zeichen, ne? Die rote Farbe hier. Deswegen bringe ich hier mal ein paar Feuerkorallen an. Die schauen noch ein bisschen raus. Das ist auch gut so. Ja, und dann würde ich sagen, Seegras hatte ich mir auch gefarmt. Das würde ich aber, ah, ich habe keine Gurken, gell, ich brauche ein Licht hier unten. Ich muss mal ein paar Seegurken snacken irgendwo. Und ich würde hier quasi, ich sage immer, ich, Leute, helft doch mal hier weiter. Wieso sage ich das immer? Ah, genau, ich mache das. Es wird jetzt so gebaut. Moment. Ich hole mal kurz Stift und Papier. Komm her. So. Schreibe ich mir nämlich auf. Aufpassen. Du sagst immer ich. Ausrufe zeigen. So, das lege ich mir jetzt mal als Wahnsinn leer. Für die Dummies. Damit ich nicht immer denselben labere. So. Gut. Schön schaut es aus. Ein bisschen Licht bräuchte ich noch. Meeresgulgen. Wo bekomme ich denn jetzt Meeresgulgen hier? Ähm, ist jemand online? Ich frage mal schnell in dem Chat nach. Ähm, ähm, wieso schreibe ich denn da vorne eigentlich, äh, äh, Episode? so wie viel wir brauchen wir sagen wir 12 stück oder so oder 16 stück ohne fragezeichen das ganze ja so sind wir gut da ist auch noch kein licht hier hinten und da passt was nicht leute da habe ich fließendes gewässer das gefällt mir nicht okay da muss ein block setzen oder keiner hat mehr riskurgen da wenn man sich einmal gesund ernähren will so weiter geht's die folge ist schon lange ich soll nach tb da das mal tba dann mache ich stahl hallo ich habe mir das allgemein was machst du jetzt hier hallo und ich habe ich habe kein platz hallo will mich mal dazu ich bin hier am bau hier warte mal hier bleib mal hier bin voll so ja ich bestelle trotzdem den gauze noch mal ansteigen das macht man auch ja ich habe keinen platz ich kann es ja nicht mehr in die kommkiste legen hier einmal ich will hier fertig werden was habe ich denn hier sandstein ich nehme mal ganz kurz aus hab's gelesen alles gut sehr gut das brauche ich nicht mehr das brauche ich nicht mehr und das und das wobei hilfsblöcke hilfsblöcke brauche ich auch nicht so dann würde ich jetzt hier mal ein bisschen mit dem bauen beginnen ich mache erst mal hier die ecken ich würde sagen ich würde es hier unten haben ja bist du was ich mache ich mache mal eine ecke fertig eine seite in die andere baue ich dann parallel weil sonst ja ist einfach sprengt es hier wenn man hier oben auch ich sehe ich war bei andy und ich mache mir aber aiste keine ahnung die so heißen würde ich mache mir pause bis dahin so leute ich hatte jetzt was von starrer bekommen eine das ganze teil nennt sich zwirbelranken und gausshuter hat mich jetzt her teleportiert weil er mir welche geben will das gefällt mir schon mal ganz gut wo ich hier bin ich glaube ich werde mal hier gehen weil das sind aber keine das aber keine ranken ich möchte zwirbelranken was denn da ist los hallo ich meinte zwirbelranken das ist eine community farm das ist eine eisenplatte das ist ja auch nice ich glaube da sind doch genug in die ecke kuscheln um aufzusteigen kann ich einfach runter ach komm herauf leute ich das ist ja toll das ist auch so schön hell und das blau gefällt mir auch kann ich mir das welche abschneiden was ist denn hier hier drücken für kam es in pizze hier drücken für wir pizze kein pizze hier pflanzen und knochen habe ich alles kann dabei ich sage jetzt erstmal vielen dank ich komme gerne ich komme so ich mache das einfach mal so ich weiß nicht wie ich hoch komme flüstert was heißt denn hier rand kuscheln ach komm herauf was ist denn das was ist denn das mit honig blöcken du leute ich muss ich lenke ab ohne ende mit honig blöcken und drin ist aber wasser das ist ja richtig klasse und vor allem den kann man offen zeigen auch mensch das ist gut und alles mit weißem beton und blauen beton da hinten hast du auf welche kannst man da nicht ein zwei stück weg klatschen man 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 baue ich schlecht wenn ich das hier alles anschaue ich soll mal tpa machen hat er gesagt okay damit ich hier weiter bauen kann ich stelle mich mal kurz auf so leute ich habe jetzt nach hause teleportiert den chat verlauf gelöscht ja und dann werde ich hier mal schnell ein bisschen bodenbeleuchtung noch anbringen vier stück ist ganz helles licht so machen wir das jawohl ja man sieht ich bin eigentlich total out of material so jetzt bin ich zufrieden jetzt habe ich auch diese so genannten grünen ranken das nennt sich zwirbel ranken und die würde ich gerne hier in der ecke bis nach oben aber ja leiden lassen das soll aber das sollen sie selbstständig machen da will ich jetzt die arbeit nicht abnehmen ich stelle sie nur gleich hin damit ich sehr los bin und da hinten auch noch ist okay naja das bei gleich ab ich meine letzte ich habe kein keine blutsamkeit also das kann weg das kann weg das kann weg jetzt brauche ich noch ein paar stufen das hier und das hier so als erstes würde ich gerne mal hier die verkleiden und zwar kann ich ja die nur von zwei seiten anbringen und ich verkleide immer die die ja wie soll ich sagen die draufsicht und du bekommst da ein bisschen hier ein stöckchen warte mal kann ich das ja gar nicht verkleiden hier ne mache ich auch nicht gut als nächstes würde ich dann sagen machen wir mal hier eine treppe ich müsste mal was um ändern soll ich meine werkzeug habe hier und zwar würde ich gerne noch so also geht ja wieder alles nicht manuelle arbeit hier was ist denn da los keiner hilft ja ich muss sagen muss so gut jetzt habe ich dann zumindest hier schön den übergang würde ich sagen ich mache es anders ich mache das anders ich gehe hier ich mache das weg hier das gefällt mir nicht ich mache ich mache das anders wir sind konzentriert leute ja so lasse ich das jetzt fehlt mir noch ein blog sehe ich kann jetzt gar nicht bauen das mache ich auch nur in den außen seiten bei ihnen kann ich ja nichts anbringen jetzt fehlt mir da noch so ein block so ein grüner der außen würden nezel glaube ich entsteht der müsste jetzt hier oben rein ich werde jetzt hier mal ein temporär an lichtblock setzen der kürz war hier nicht rein aber das ist mal ja ich sag mir egal und hier unten drunter wobei so schlecht schaut ja auch nicht aus der kürz war hier nicht hin aber wenn es denn so sein soll dann soll es so sein so dann stellen wir hier mal noch eine pflanze hin und ein pilzchen rein damit wir wissen wir sind hier richtig gut jetzt gefällt mir da aber trotzdem das ganze hier nicht irgendwie ich weiß auch nicht machen wir hier dicht schauen wie es ausschaut ja so machen wir das so doch so schaut so toll aus gut als nächstes brauche ich jetzt ja noch ein bisschen nach oben hier soll wasser runterlaufen ich möchte quasi hier hier möchte ich wasser rein warte ich könnte eigentlich ich könnte mir eigentlich gleich noch was bauen lange folge alter schwere die geht garantiert über eine stunde dazu brennen mal stöcke habe ich holz hier ich kann jetzt leider dieses grüne holz hier nicht verbraten deswegen hole ich mir mal stöcke die ich weiß wo ich sie habe naja fünf stück denn ich brauche brauche ich stöcke ich brauche doch kein stück ich brauche heute sechs stück ich habe vier seiten ich brauche acht stück auch blöd dann mache ich mir mal noch ein paar fall türen die reichen nämlich nicht was ich hier habe ich muss ein bisschen spaß haben mit meinem heutzutage umgehen ja das muss reichen und dann muss ich mal schauen wie dieser eine grüne block noch heißt jetzt heißt das ist das laub von diesen komischen bäumen von diesen bäumen da ich probiere das mal noch aus hier ja lass ich so und einmal verkehr drum ich muss mich ja irgendwie nach oben stecken dann würde ich sagen würde ich sagen ich habe keine werkbank dabei ja so schaut es wahrscheinlich aus wenn ich mal so ein live stream machen würde ich habe noch nie einen gemacht leute ich kann euch auch gar nicht sagen was ich da alles aktivieren muss und wie ich habe zwar ein switch account und ich wüsste auch gar nicht was ich da dann alles erzählen soll aber ich baue jetzt sicher trotzdem und wenn das eine stunde dauert bis ich ja alter mensch komme ich jetzt zu hoch fünf blümendöpfe war eine tageaufgabe das ist ja super da würde ich aber mal abwandeln ich würde hier mal rote rein stellen wollen ja und dann ich muss leider ich muss leider noch mal ins home und zwar muss ich meine behutsamkeitshacke nehmen und noch ein bisschen von dem zeug da hinten abbauen beziehungsweise ja ich ich muss eine schere ich brauche eine schere ich habe keine farme jetzt ist total irre ich muss echt das ist total ich fange jetzt mal an dann glaube ich farme zu machen oder so so leid es mir tut aber ihr müsst alle nein nein einen lasse ich leben oder zwei machen kurz pause ich schaue mal ob ich noch so grüne blöcke habe habe ich nicht okay dann geht es weiter ich lege mal schnell meine spitze wieder ab ich möchte heute fertig werden wenn es eineinhalb stunde dauert wahrscheinlich ewig lange hier wo sind wir denn 51 minuten aber ich möchte da hinten auf jeden fall noch wasser reinwerfen moment so beim laufen schalte ich mich direkt wieder drauf so hier soll wasser runter das heißt ich werde jetzt erstmal hier so eine art brückenkopf bauen ist vielleicht sollte ich noch sagen dass das ganze nicht unbedingt final ist und ich lasse es jetzt erstmal runterlaufen und schau dass das hoffentlich hier rein geht genau so soll es sein weil ich sehe schon mal material wird geht zu nahe mache ich das jetzt hier hinten ich mache das so in die ecke wisst ihr was ich habe gerade gesehen das gefällt mir nicht ne das gefällt mir nicht weil ne ne das reiße ich wieder ab hier das gefällt mir nicht also es kommt direkt hier weg weil das ja sonst hier stören würde wenn ich jetzt hier quasi ja meine blöcke hier oben sitzen habe kommt da mal ein wenig gras drauf soll ein wenig gras über die sache wachsen dann würde ich das hier gerne nämlich hier hinstellen ich muss mal kurz das wasser wieder snacken genau da meinte sie mich hier äh umgekehrt hier damit ich einen besseren wasser einlauf habe und hier dann damit ich einen blumentropf drauf stehen kann ja so gefällt es mir besser und dann brauche ich hier blumen dings und zwei pilze so und jetzt kann wieder wasser fließen ja wie schaut das jetzt hier aus mal grob geschaut doch ich finde das schaut ganz toll aus vielleicht sieht da ist vielleicht ist ein bisschen eine die eine ecke hier ein bisschen leer ich könnte mal was ausprobieren dann war knöpfe setzen oder so da kann ich jetzt hier im wasser eigentlich block setzen kann ich setzen und dann würde ich hier noch so ja ich mache halt hier knopf da knopf ne da oben will ich keine knöpfe haben das zu weit oben das gefällt mir nicht ich mache die ach komm ich mache nur einen sonst ist es überladen oder und hier oben hier oben genau da lasse ich mal die da die da runter wachsen hier die roten da gehen ja maximal drei dann werden sie von unten aufgehalten komm jetzt habe ich schon wasser gebaut und lande auf einem block ne so aber jetzt ist hier fertig ne ja da fehlt noch licht hier in der ecke ne da fehlt noch ja da muss ich noch eine beleuchtung anbringen die ich irgendwie verstecken kann ich teste mal dass sie aussieht keine doch ich hab noch ich würde jetzt gerne mal da schnell schauen wie ich das machen kann ach hier unten könnte ich die doch einsetzen na das war jetzt schauen wir mal ja so mache ich das das ist viel heller aber das konzept hier das mit dem blauen hat mir auch ganz gut gefallen mit dem blauen beton gerade eben vielleicht baue ich da ein bisschen was um ich mache hier mal verschiedene seiten und werde oben auch die blaue keramika setzen weil dieses blaue ist jetzt gesehen da war schon toll ja ich würde sagen ähm da schmeiße ich jetzt noch ein paar fische rein oder axolote oder so teile wie die heißen da hatte ich ja welche in den eimern damit hier das herz hier nicht so alleine rum steht ähm wie viel habe ich denn da drei stück kann man die eigentlich vermehren ähm das weiß ich jetzt nicht wiki axolotl axolotl ich muss da ganz kurz noch mal was nachschauen Leute bis gleich okay ich habe jetzt gerade nachgelesen mit drobenfischeimern kann man die züchten gut habe ich jetzt keine da dann werde ich mal zwei stück da reinwerfen weil die müssen ja sowieso ins wasser sonst trocknen die mir hier langsam im eimer aus ach sind die nicht süß und wie sie sich freuen schauen wir hin ja oh das ist nicht gut nicht gut oh 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 ähm zauern 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 block zauern boah die hauen mir ab ähm schande schande ähm mann ich hab zu viel zeug hier ähm ich muss hier ich muss hier blocken äh puh äh ich beobachte das jetzt erstmal aber da gehen die gar nicht raus aus dem wasser die werden mir abhauen hier ne hauen die ab ähm ich mach mir hier erstmal hier in der sperre zur sicherheit können die abhauen das hab ich jetzt überhaupt nicht bedacht weil da kommen sie nicht rauf da kommen sie nicht weg da okay leute da wär's nicht wenn ich mir mal was sagen könnte warte mal warte mal so ich will den link zurückdrehen ne eigentlich warte mal ich will nicht zurückdrehen ich will also hier zurückdrehen so warte mal äh so 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 mit den Straßblumen in der Hand natürlich so also was sagt ihr dazu kann man auch sehen oder und das wird eine tolle Überraschung ganz tolle ich mach oben den Eingang zu ähm ich werde jetzt natürlich hier die ganzen Ecken noch ein bisschen verschönern die Zwirbelranken müssen noch nach oben und die Ecke ist ein bisschen leer noch ja lass ich mir noch was einfallen aber so schaut's doch ganz toll aus denke ich da wird sie sich freuen wenn sie das sieht ja und dann danke fürs Zuschauen falls ihr wirklich so lange dran geblieben seid Leute das ist eine Stunde eine Stunde Bauzeit hab ich jetzt hier gebraucht und ähm wenn ich wüsste wie das mit dem Twitch und Stream geht würde ich das auch mal machen gut ja soviel dann zu diesem Thema mir gefällt's ihr könnt euch gerne äußern was ich hier noch oben an der Decke machen könnte ähm da hab ich noch keinen Plan aber ich baue jetzt hier das Außenrum gar in allen Ecken damit's schön ausschaut und da oben keine Ahnung muss ich mir was einfallen lassen ja danke danke fürs Zuschauen Leute tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020